Wer hat den Islam nach Medina gebracht? Natürlich der Prophet, a.s.w. zum Indirekt. Wer? Musab ibn Umair, viele von euch wissen das vielleicht. Der Prophet hat Musab ibn Umair nach Medina geschickt. Warum? Weil Musab ibn Umair wusste zur damaligen Zeit alle Verse vom Koran und hatte großes Wissen von der Religion, war ein junger Mensch gewesen, der auch in der Lage gewesen ist, der auch in der Lage gewesen ist, diese Strapazen mit der Reise und so weiter auf sich zu nehmen. Musab ibn Umair war sehr jung gewesen. Aber ist Musab ibn Umair da hingegangen, radiallahu anhu, und hat in einem Vakuum gelebt? Ganz ehrlich von euch, wer von euch kannte Musab ibn Umair? Okay. Wer kennt denjenigen, der Musab ibn Umair bei der Dawa geholfen hat? Und ich garantiere euch, 99% der Muslimen in Deutschland wissen nicht, wer das ist. Assad ibn Surara. Assad ibn Surara, radiallahu anhu, ist mit ihm von Tür zu Tür gegangen, von Viertel zu Viertel. Aber den kennt keiner. Der ist auch nicht bekannt für Wissen oder für Hadith oder für irgendwas. Der ist nicht bekannt. Aber der war der, der den unterstützt hat. So gab es immer Leute, die den Propheten, alaihi salatu salam, unterstützt haben. Wahrscheinlich die meisten von euch kennen mich. Meine Vorträge. Okay, wie heißt derjenige, der meine Videos schneidet? Kennt ihr nicht. Wie heißt derjenige, der hier in der Moschee dieses und jenes die Videos schneidet, klärt und so weiter? Das heißt, es gibt so viele Aufgaben, die man machen muss. Es ist nicht nur die Aufgabe, vorne zu reden. Der Prophet, alaihi salatu salam, war ein Genie darin, jedem seine Aufgabe zu geben. Zedem und Thabit war ein Jugendlicher. Bei einer Schlacht wollte er mit rausgehen. Der Prophet, alaihi salatu salam, hat ihn zurückgeschickt. Und hat gesagt, lerne Hebräisch. Überleg mal. Lerne Hebräisch. Was gibt es Besseres, als mit dem Propheten, alaihi salatu salam, zum Raus in den Jihad zu gehen? Da weißt du 100% du bist auf der richtigen Seite. Nicht in irgendeiner Terrorfraktion von Leuten, die Unschuldige töten. Du bist mit dem Propheten, alaihi salatu salam. Wie oft wird der Jihad als hultvolle Tat im Koran erwähnt? Natürlich, wenn er richtig geführt wird. Nicht, wenn da irgendwelche unschuldigen Menschen umgebracht werden. Der Prophet schickt Zedem und Thabit zurück, obwohl er mit dem Propheten in die Jihad gehen wollte. Warum? Weil er nützlicher war mit seiner Intelligenz, indem er Hebräisch lernt und sie dadurch wissen, was die Juden untereinander im Schilde führen, die in Medina gelebt haben. Er hatte dadurch einen größeren Nutzen. Das war seine Aufgabe. Und so hat heutzutage jeder seine Aufgabe.